Das ist nicht stable, das ist eine Luftmatratze oder eine Luftmatratze oder eine Luftmatratze. Das ist kein Stabilizer. Da ist kein Betonboden drin oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eine Luftmatratze unter den anderen beiden Luftmatratzen. Okay, wollen wir ganz kurz in den... Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich hab mit dem Restformen, High-Rice, Luftstabilisator, Dingens... Ich hab damit nicht so viel zu tun, ja? Die Pan hat das sehr gefeiert, weil das ist für sie ein Stück Kindheit, ja? Und sie hat die Werbung auch sehr oft gesehen. Ich kannte die vorher gar nicht. Und irgendwann hat sie mir davon sehr oft erzählt. Und jetzt gibt's aber hier dieses tolle Video, das uns alle bestimmt sehr bereichern wird. Restform, High-Rice, Airbed. Restform, Airbed, drei Lagen. Ich weiß nicht, was... Ich hab keine Ahnung. Es ist, soweit ich weiß, eine aufblasbare Matratze, ja? Wir haben auch ein aufblasbares Bett und so. Und dieser Spot, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ja? Damals, als Leute noch im Fernseher benutzt haben, da gab's immer diese Werbesendungen, diese amerikanischen Werbesendungen, die dann immer eingedeutscht wurden, so ganz schlecht. Ja, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich ohne dieses Produkt gelebt habe. Ja, und das war immer ganz furchtbar. Jetzt versuchen Leute eine halbe Stunde lang dir eine Luftmatratze zu verkaufen. Und ich bin sicher, diese Luftmatratze ist einfach besser als alles, was du bisher gegessen und erlebt hast. 100 pro. Die ist besser als deine Geburt. 100 pro. So. This is a paid presentation for the Restform Airbed. Es ist englisch, okay. Okay, ganz ehrlich, es fängt schon geil an. Du siehst halt diesen f***ing Zeitraffer, also erstmal die Musik ist fantastisch und dann dieser Zeitraffer, wie sie da sitzt. Wie so ein Psycho. Die guckt eine halbe Stunde lang auf dieses Scheißbett und das ist vorgespult. Die sitzt daneben und guckt eine halbe Stunde wie so ein Psycho auf dieses, dass dieses Scheißbett sich aufbläht. Weißt du? Und hier, hier hinten die Uhr müsste eigentlich so die ganze Zeit so rumlaufen. Das wäre ganz cool. Das wäre das Beste. Geh doch weg in der Zeit. Mach was Vernünftiges mit deinem Leben. Vor allem, das steht mitten im Wohnzimmer. Das steht doch mitten. Und wenn du hier liegst, wie willst du nach Fernsehen gucken auf diesem alten 4 zu 3 Gerät? Die Werbung ist schon sehr alt. Wie willst du denn? Und du kommst dann irgendwo mal lang. Das Ding nimmt alles ein. Einfach. Es ist das allerbeste Bett für jeden Menschen auf der ganzen Welt. Warte, ich... Das beste Bett, ja? Vergesst Boxspringen, vergesst die Hotelbetten, vergesst alles andere. Wasserbetten. Gib einen Scheiß drauf. Das hier ist einfach das allerbeste Bett der Welt. Geil. Oh, ich war immer, wenn ich schla... Oh, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann so nicht schlafen. Jahrelang habe ich so... Habe ich genau... Habe ich gelitten einfach. Oh, oh Gott. Richtige Betten. Oh, richtige Betten. Hasse ich. Da kann man nicht liegen. Und diese verschissenen Luftmatratzen... Warte mal. Warte mal. Ja, diese Luftmatratzen, die natürlich... Die anderen halten natürlich auch die Luft nicht drin. Und da wachst du auf und du liegst einfach direkt auf dem Boden. Before, at the touch of a button, you have a luxurian... To welcome your favorite... Oh, der Drucker hier unten. Was ist denn das für ein Rechner? Hä, was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein PC hier, sag mal? Okay, das ist aber... Das ist aber wild. Okay, nee. Ist das der unten? Ich weiß gar nicht. Was ist das denn? Es ist so easy to set up. The restform airbed. One, two, three... Und die Frau... Ne, ich weiß, ob ihr das noch kennt. Kennt ihr noch? Aus der Werbung damals, die dann lief, diese Ami-Werbung eben. Diese komischen... Diese Dunstabzugsaugen für Frauen, die dann die Frisur so... Wie heißt die nochmal, diese Dinger? Die dann auf den Kopf gezogen hast. Und das haben die auch verkauft mit dem Staubsauger und sowas. Peggy Bundy. Das ist halt wirklich Peggy Bundy. Ja. Ne, nicht Dauerwelle. Die haben dann irgendwie so einen komischen Ding ins Kopf gestülpt. Und dann wurden die Haare da drin geföhnt irgendwie. Diese komischen... Ich weiß nicht, Luft... Trockenhauben. Ja, Trockenhauben. Danke. Die Trockenhauben. Und dann kann man sowas nämlich auch im Shop kaufen. Mit so einem Staubsauger dran. Der hat dann irgendwie angeblich die Haare getrocknet. Ich wollte eigentlich gerade sagen... You deflate it and take it. Luftmatratzen. Wenn man versucht, die Luft wieder rauszumachen, du kriegst die nie wieder so zusammengefaltet wie die waren. Nie wieder. Und du kriegst die nicht so in diesen genau ausgemessenen Karton rein. Das funktioniert nie wieder. Die... Du legst die zusammen und egal wie du die zusammenlegst, irgendwie quatscht da immer noch irgendwas raus irgendwo. Und dann musst du es reinstopfen und bla. Es ist alles scheiße. So, und jetzt... Was ist denn... And then when you want to take it with you, you just deflate it and take it. Stay with us for the next few minutes. And watches a fully grown North American Black Bear tests her paws and claws against the restform high-rise airbed. Warum denn ein Bär? Und warum schlafe ich denn mitten in der Natur? Warum sollte ich mein high-rise restform airbed mit in die Natur nehmen und irgendwo auf der Wiese, wo es gar keinen Strom gibt, das Ding inflaten? Und... Die ist voller am Wackeln! Hä? Wie ist auch disturbing? Was? Ich... Ich komm nicht hinterher. Guck mal kurz auf sie, wie die wackelt die ganze Zeit. Wie ist auch disturbing? Wie ist auch disturbing? Wrong war noch nie campen? Mit einem aufblasbaren Bett? Nein, war ich nicht. Mit einer Luftmatratze, die ich selber aufpusten muss. Aber nicht mit so einem dreilagigen Riesending. Wie viel Hundelunge willst du da reinpusten? Hä? Dann klingst du ja... Dann klingst du wie die Doni auf dem Button. Das macht keiner. Du gehst nicht campen und machst dir so... Bustest dir so ein Ding auf. Hä? Und wieso ist da Rowdy Roddy Piper überhaupt... Wieso steht das Ding im Boxring? Und jetzt sag doch... Ach, Gronkh war doch lieber Boxmatch. Beim Boxmatch steht das Ding da nicht. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Oh, auf der Luftmatratze ist bestimmt eine gute Idee. Das ist bestimmt... Also das ist natürlich... Ja, das... Ja. Form Highrise Airbed is a must for your own home. Nothing. Aber ernsthaft? Draußen am Pool so ein Ding aufpusten? Egal, was die ist. Ja, die Highrise mit Luftstabilisator ist egal. Aber draußen am Pool ist es eigentlich nice. Kann man eigentlich mal machen. Ja, im Pool. Ja, im Pool auch interessant. Würde ich gerne sehen im Pool. Nothing will. Now, here are your hosts, Jordan Adams and Kathleen Elizabeth. Hallo! Ich bin jetzt schon überzeugt. Warum ist denn diese Militärmusik eigentlich die ganze Zeit... Warum ist denn hier die ganze Militärmusik? Hä? Hä? Dieses Bett... Weißt du, dieses Bett ist genauso bequem wie dieses Fancy-Bett im teuren Hotel letzte Nacht. Erstens moderiert er hier diese Scheiß-Werbung. Der hat noch niemals im Fancy-Hotel geschlafen. Ja? Der moderiert hier diese Rest-Werbung, die einfach sonst niemand moderieren will. Die moderiert er. Der hat noch nie im teuren Hotel geschlafen. Never. Also, Entschuldigung. Doubt. Ja? Und, äh... Oh, so war das komplett gelogen. Ich glaube, die beiden sind auch vertrauenswürdig. Ich glaube, die sagen das nicht, weil sie bezahlt wurden, in diesem Spot mitzuspielen. Ich glaube, die sind einfach vertrauenswürdig. Die beiden sind auch... Guck mal. Die sehen auch vertrauenswürdig. Die sehen beide gerade aus wie so ein PNG. Die sehen aus... Die sehen gerade aus wie ein Wimmelbildspiel. Guck mal. Die beiden sehen aus wie so ein Video im Wimmelbildspiel gerade. Als wären die gar nicht da. Als wären die so draufgelegt irgendwie, oder? Die sehen aus wie eine Grafik. Moderatoren.png einfach drübergelegt. Ja, das ist, äh... Als wäre das von Big Fish Games gerade. Das ist aber ein Traum. Okay. Komm, wir machen weiter. Now, let me show you what else you can do that those regular beds can't do. So gelogen. Einfach, das klappt niemals. Never ever klappt das. Look at all this space you can save. In many homes that's practically the size of an entire bedroom. Okay, warte mal. Die Werbung ist gerade dafür, also die haben gerade als Argument gebracht, dass man kein Schlafzimmer mehr braucht, weil man das ja einfach überall aufstellen kann. Okay, ja, dann spar dir doch einfach das Schlafzimmer. Ja, ich möchte auch gerne hier mitten im Raum schlafen. Da fühle ich mich am wohlsten, wenn ich in einem großen Raum hier schlafe und hier die Tür mit den Einbrechern ist. Das ist einfach, das ist einfach, generell die Farbgebung ist auch sehr schön. Ich mag dunkelbraune Fliesen. Die 90er waren eine wilde Zeit. Ja, warum, warum nicht auf ein Schlafzimmer verzichten? Deswegen haben die das Bett auch beim Pool aufgestellt, einfach weil die keinen Platz mehr im Haus haben. Da kann man auch mal am Pool schlafen, weil im Haus einfach kein... Alter, die Bettwäsche, ne? Alter, die Bettwäsche, oh boy, die Bettwäsche. Weißt du, wie das aussieht? Weißt du, wie die Bettwäsche aussieht? Als wärst du, stell dir einfach vor, du bist ein Schriftsteller und fährst gerade in die Berge, um deinen Roman zu schreiben. Und dann hast du einen Unfall und dein größter Fan rettet dich aber und bricht dir das Bein, damit du in diesem Bett noch den Roman umschreiben musst, weil das Ende dir nicht gefällt. Das ist ein richtiges Misery-Bett. Ein richtiges Misery-Bett einfach. Ich seh mich darin einfach schon mit gebrochenen Beinen einen Roman schreiben. Oder stell dir mal vor, du wachst. Ja, genau, oder das Hotel mit den Katzen, wo Duck und Carrie waren, bei King of Queens. Genau, ja, ja, original, original, so. Und das Schöne ist, ja, dann pennst du bei jemandem, schläfst du hier in diesem schönen High-Rise-Restform-Dingen-Star-Luftstabilisator. Dann liegst du hier, ja, und wachst morgens auf, ah, und hast so gut geschlafen wie noch nie in einem Bett. Und dann sitzen aber die, dann sitzen die Hausbewohner, dann sitzen einfach hier und beobachten dich die ganze Nacht schon. Ja, das sieht original, original, so sieht das aus. Du kommst dann nicht mehr raus, ist vorbei, kannst du abschminken. Steht der mit dem Fuß auf dem Schlauch? Sieht nur so aus, ne? Der Schlauch kommt von dir hinterm, aber sieht gerade so aus, wird er mit dem Schuh auf dem Schlauch stehen gerade, weil er einfach so dumm ist, weißt du? Und dann, wie bläst man dein Bett auf? Weil man mit dem Gesicht auch immer über die Kante hängt und dann mit der Nase im Teppich, das ist ganz, das ist ganz wichtig, so schläft man halt auch. Restform Airbed rises high above all these bed alternatives to bring your guests to a whole new height of luxury. The Restform Airbed is so easy to set up. That's terrific. The sheets fit. Restform Airbed is so easy to set up. Das sind tote Augen. Das sind einfach tote Augen. Der Mann ist innerlich gestorben. Der will nicht in dieser Werbung sein. Der hat mit seinem Leben abgeschlossen. Der kennt die Frau auch gar nicht. Der weiß gar nicht, was er da macht eigentlich gerade. Auf dem Foto sind auch ganz andere Leute. Die kennen die alle gar nicht. Das ist einfach, ist vorbei. Das ist terrific. The sheets fit. Diese Augen. Just put it right up and you're ready to go. It's extremely comfortable. Absolutely. It was great. Very stable. You don't feel very wobbly when you're getting on or getting off of the bed. Und guck mal, sein Blick zwischendurch, der ist traurig. Der guckt immer so nach unten. Ich glaube, der ist traurig. Ich glaube, der ist Schriftsteller. Ich glaube, der ist Schriftsteller und schreibt gerade in seinem letzten Roman. You don't feel very wobbly when you're getting on or getting off of the bed. Diese traurigen, traurigen Augen. Guck mal, der Arm. Der Arm liegt nicht bei ihr auf der Schulter. Der liegt hinter ihr. Und guck mal hier. Der liegt überhaupt nicht auf der Schulter. Der ist einfach weg von ihr gedrückt. Der hat die gar nicht im Arm. Der hatte seinen Arm nur hinter ihr, als ob er sie im Arm hätte. Alter, das ist einfach... Oh Gott, das ist... Oh, das ist aber... Oh... Ja, das ist traurig. Das ist ganz, ganz traurig. Ich glaube, er hat Angst. Es ist eine Luftmatratze. Natürlich passt sie sich der Kontur an. Das ist keine Wissenschaft. Es ist eine Luftmatratze. Das macht jede Luftmatratze, weil da Luft drin ist. Hä? Das ist richtig. Ich habe mich gegrunzt vor Lachen. Ich muss einfach zu lachen, dass alles so dumm ist. Und hier... Die Luft zirkuliert also da drin. Ja, wie soll das denn sonst... Wie soll das denn sonst nach oben steigen? Wie... Hä? Natürlich zirkuliert die Luft da drin. Das ist kein Feature, das in Selbstverständlichkeit ist. Oh... Ja, es sind einfach drei Luftmatratzen aufeinander. Mehr ist es halt auch nicht. Mehr ist es halt nicht. Das ist ja drin nicht mal irgendwie groß oder so, sondern... Also ich kann Luft rein und raus lassen in der Luftmatratze. Ist ja wow, unfassbar, was die alles, dass die Wissenschaft das überhaupt rausgefunden hat. Das ist ja so, dass du auf dem Bett leidest. Und... Are you ready for this? Oh yeah. Wow. Soft, smooth. The surface of the restform airbed is like Velour. Other similar beds have a vinyl surface. Oh. 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 Deswegen legen wir aufs drüber. Your guests will feel like they're sleeping on a cloud. They'll wake up feeling as relaxed as when they went to bed. My parents came to visit and we were too embarrassed to put them in our guest bed, which is a futon. Das ist, glaube ich, randomhighschoolboy.png, ne? Ich glaube, das ist... Der sieht... Weißt, wie der aussieht? Wie bei Scary Movie, der Typ, oder? Der hat ein bisschen was von dem Scary Movie-Typ. And so... Ja, und der Arm ist wieder hinter... Der Arm ist hinter der Couch. Der Arm ist nicht um sie rum, sondern der Arm ist einfach... Wupp, einmal ganz weit weg von ihr. Aber das Schönste, was ich am schönsten finde... Also er ist natürlich ein sweeter Guy, sie ist ein sweetes Girl. Aber das Schönste einfach, was das Bild komplettiert, ist einfach... Ich mag es, wie sein Hemd mit der Bettwäsche harmoniert. Guck mal. Als hätte hier jemand hingekotzt und da jemand hingekotzt, aber beide haben was anderes gegessen. Weißt du? Aber letzten Endes ist alles Kotze und das harmoniert einfach so schön miteinander. Das finde ich schön. Da passt sie natürlich mit dem schwarzen Oberteil überhaupt nicht rein. Mit dem Eleganten, ja? Das ist so, ja. Das ist einfach schön. Ich habe ihnen gar nichts zugehört. We wouldn't be embarrassed. Yeah, they can go sleep in our bed and we'll take the rest form air bed. Now let me show you something else here. Notice the space between the top two decks and tell me what you see. I see a lot of room. That's right. The rest form high rise air... I see was? A lot of room? I see a lot of room? Das ist hier hinten zusammengenäht. Da ist einfach nur... Da kann ich ein Dippo hinpacken oder vielleicht Batman-Comic, wenn ich abends lesen will. Oder das iPad heute, ne? Aber gab es in den 90ern halt noch nicht. Tell me what you see. I see a lot of room. That's right. The rest form high rise air bed was purposely designed with plenty of room for sheets. Das ist da einfach nur zusammengenäht, Mann. Das ist da einfach nur zusammengenäht da hinten. ... blankets or comforters. Für was? Da soll ich meine Bettwäsche reinlegen? Da, in diese alte Sandwich-Spalte, passt meine Bettwäsche rein? Und das bietet viel mehr Platz als herkömmliche Betten oder Bettkästen für Bettwäsche? Die alte Sandwich-Ritze da? Das da? Ich meine, wer glaubt das denn? Das ist doch keine Storage, das ist doch gar nix. Das kann man vielleicht drüberziehen. Also du kannst vielleicht das Bettlaken da festklemmen, aber das war's. The rest form air bed offers much more room for sheets than other similar beds. So that means your sheets and blankets can be nice and tucked in, so they won't slip out or slide off. You or you... Ah, okay, das ist einfach nur zum drüber, dem man das nur zum drüberziehen. Ich dachte gerade, zum drinnen lagern. Ich dachte gerade, what the... Your guests will always get a cozy, comfortable night's sleep. Also man kann das Ding wirklich mit Spannbettlaken beziehen. Wow, was das ist einfach... Wow, das hab ich so noch nie gesehen bei herkömmlichen Betten. Das ist wow. Geht bei anderen Matratzen natürlich auch gar nicht, die einfach nur draufgelegt sind. Ja, die man komplett hochheben kann. Da geht's halt überhaupt nicht. Da ist hier natürlich viel mehr Platz. In diesem Bild hat sich der Bär schon wieder versteckt. Wo könnte der Bär in diesem Bild sein? Der hat sich clever versteckt. Ihr müsst ihn suchen. Junge, Junge, 90er war ne geile Zeit. Die erzählt einfach gerade, wie man eine Matratze bezieht. Mit einem Spannbettlaken und dass das Spannbettlaken am nächsten Morgen noch drauf ist. Als wär das ein Novum. Als hätten die das gerade erfunden. Hä? Das ist nicht stable, das ist eine Luftmatratze oder eine Luftmatratze oder eine Luftmatratze. Das ist kein Stabilizer. Da ist kein Betonboden drin oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eine Luftmatratze oder den anderen beiden Luftmatratzen. Das stabilt gar nichts. Das ist nur ein bisschen breiter. Aber das ändert nichts. So gar nichts. Das ist der Allround-Stabilisator. Ja, ich hab das schon verstanden. Aber ist das quasi so wie so ein Hoverboard? So ein Hoverboard, damit das nicht um... Was denken die denn, was mit dem Bett passiert? Hä? Das kippt doch nicht um. Meine Eltern, hatten die damals, die waren richtig kacke? Was? Das kann nicht sein. Hatten die denn keinen Bettlaken drauf? Das ist besser als Hotelbetten. Stabil on all four sides. Die ganze Basis ist stabil. Unlike some other beds that only offer support on the two sides. That's right. The wider sleep... Unlike other beds that just support on two sides. Welche Betten bieten denn Support auf zwei Seiten? Herkömmliche Betten stehen meistens auf kurzen Beinchen oder sind direkt... Aber die sind... Was? Hä? Hängematten. Ja, vielleicht Hängematten. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau. Ich wünschte man wird jetzt... Ich wünschte man wird jetzt mal so hören oder sehen wie sie gerade furzt. Das ist einfach... Ich weiß nicht. Das ist... Schau mal ihre Achselhöhle. Oh, was? Sie liegt... Hä? Sie liegt ja auf seinem Knie. Sie liegt ja auf seinem Knie. Auch die halbe Busel ist da schon halb mit drauf. Das wird aber langsam kokett. Das wird aber langsam kokett. Das ist aber... Ja. Ja. Und das Pöchen ist ein bisschen rausgestreckt, oder? Liebe Damen, das müsst ihr mir verraten. Aber ist das Pöchen rausgestreckt? Nur mal so gefragt. Nur mal so gefragt. Hm? Muss ich mal kurz... Muss ich mal kurz... Ja, ist es, ne? Ja, ja, ja. Ja, ich trau mich nicht, das allein zu entscheiden. Deswegen lasse ich hier ganz kurz eben sehr viele Augenzeuge entscheiden. Das Pöchen ist schon ein bisschen... Ist ein toller Po. Keine Frage. Ja. Schön in Lavendeloptik verpackt. Und aber rausgestreckt. Das Pöchen in seine Richtung. Und sie liegt gerade offenbar auf seinem Beinchen. Schlafen wie immer. Ich meine, das sieht man doch. Das sagt sie auch über ihren Mann. Das hört sich ja an, als würde sie über ihre Hochzeitsnacht reden. Warte. Warte, warte. Hör mal genau zu... Die arme Brändelin Kunkel. Die arme Brändelin Kunkel. Die tut mir richtig leid. Das ist einfach... Jetzt heute noch zu sagen... Oh, guck mal. In dem Werbespot war ich zu sehen. Oh, Brändelin Kunkel. Das konntest du nicht wissen. Das ist natürlich... Weiß man nicht, ne? In der Jugend. Das weiß man nicht so richtig. Ja. Warum haben die unterschiedliche Nachnamen? Ähm... Ich glaube Adoption. Ich weiß es nicht genau. Die richtigen Kinder, die richtigen Kinder sind beim Spielen vom Airbett aus dem Fenster geflogen. So, what more can you ask for? The Restform Highrise will give you and your guests a restful night's sleep matching any regular bed. But it's much more convenient because you can set it up, take it down, roll it up and store it away in minutes. Plus it's so durable, it can last a lifetime. The Restform Airbed saves you time. Okay. Ich muss es sagen, ja, ich mach das eigentlich nicht, ja, aber jetzt hab ich gerade eben, ich hab sie gerade beobachtet. Und wenn sie anfängt zu reden, streckt sie ihre Brüste an seinen Arm. Das hab ich wegen der Szene vorhin, hab ich da jetzt mal drauf geachtet, ja, aber ja. Ja, pass auf. Plus it's so durable, it can last a lifetime. The Restform Airbed saves you time, effort and space. And you know what? It can even save you money. Stupsi, 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 stupsi. Einfach mal angestupst. You can invite them to your place and rest assured that you'll be giving them the same luxurious hotel comfort. Ich glaube, die stups gleich mit. Alter. Ich will nicht judgen, aber der sieht ja schlimmer aus als Wesley Crusher. Das ist ja ganz schlimm hier. Alles hier ist schlimm. Alles ist schlimm. Nee. Ähm. Was? Luxurious hotel comfort with all the cozy feelings of home. War das damals noch legal? Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. War das damals noch legal? Ich, ja, ich, ich, also das, ich weiß, ja, age is just a number, natürlich, klar, aber, also, ich weiß nicht, was hier gerade los ist, ich hab keine Ahnung, aber bei Sims fängt so das Techtelmechtel an, und wir wissen es, ja, ich spule mal kurz zurück. So war das. Ich mag das auch gerne, wenn das Kopfteil hier einfach so eine Lücke hat und die Füße an der Wand sind, das ist einfach, so stellt man ein Bett richtig rum auf, ja, nicht wie die ganzen Loser, die das Kopfteil an die Wand stellen und die Füße dann in den Raum, ja, damit man die Tür im Blick hat oder sonst irgendwas, ja, alles Loser hier, äh, aber hier, das, so wird's gemacht. ...transforms into a deluxe bedroom by night. It's also great for traveling to a relative's house, sleeping outside in a warm night, camping, weekend vacation. Camping. Traveling to a relative's house, sleeping outside in a warm night, camping. Camping einfach, a, voll das Riesenzelt für sie alleine, was eigentlich ganz cool ist, aber ich mag's eigentlich, ich mag's eigentlich, dass das Bett einfach komplett das Zelt ausfüllt. Das fände ich irgendwie schön, dass du einfach gar nicht mehr drin schlafen kannst oder einfach, dass die Zeltdecke einfach auf dir drauf ist. ...weekend vacations, and it's excellent as an extra bed for a college dorm, inside an RV, and it's excellent... ...so sehen Studentenzimmer aus, for a college dorm, so sehen, ich, ich hab Studentenzimmer gesehen, die sehen nicht so aus. In Amerika sehen die auch nicht so aus. Das ist kein college dorm. Das ist einfach irgendwie so ein, ich weiß nicht, was das ist, ich hab keine Ahnung. ...is an extra bed for a college dorm, inside an RV, or for a vacation. I mean, just think of all those beachside residences and mountain lodges, where space is always a problem. Oftentimes when we go to a relative's house, there's not enough space to sleep. ...and usually my kids end up sleeping on the floor, so it's going to be great to take... ...die gehen also zu Freunden, die gehen zu Freunden, wo sie auf dem Boden schlafen müssen. Das sind bestimmt gute Freunde. Ich glaube, das sind sehr gute Freunde. Da nehmen die einfach, da nehmen die einfach komplett, die Skier passen die rein. Oh Mann, hab ich was? Ach so, hier hinten in den, ja, ja, okay, na gut, okay, gut, gut, gut. Das wusste ich nicht, da kenn ich mich nicht aus. ...wann we go to a relative's house, there's not enough space to sleep, and usually my kids end up sleeping on the floor. So, it's going to be great to take the restform airbed with us, and we'll always have a space for them to sleep, and nobody will end up sleeping on the floor. Coming up, find out how a petite model gives a lesson in bed manners to a heavyweight professional wrestler. But first, here's your chance to get this high quality standing restform airbed at a cost you won't believe. Ja, ja, at a cost you won't believe, beliebe ich aber sofort die Aussage. Also wenn ich, wenn ich Freunde hätte, die würden, die würden immer auf dem Boden schlafen müssen, na klar. Aber auf Fliesen, ja, nicht auf Teppich, sondern auf den kalten Fliesen. Das ist ja klar. Dann kommen diese Penner nicht so oft vorbei. Stell dir mal vor, du gehst Freunde besuchen, ne, oder stell dir mal vor, Freunde kommen dich besuchen, ja? Da kommen dich einmal Freunde besuchen, und dann fangen die an, einfach ihr Restform Airbed mit Luftstabilisator auszupacken, und einfach irgendwo aufzupusten. Du hoffst einfach die ganze Zeit, dass die gehen gleich, ja, so... Oh, naja, okay, jetzt schon drei, also langsam könnten die mal... ...und dann pusten die aber ihr Scheißbett auf. Was? Warte mal, was? Das ist, das war eine Horroreinlage gerade. Press and rest? Was zum Teufel, bin ich hier sehend gerade? Was ist denn das für eine Horroreinlage? Das ist wie ein Horrorspielen, Leute, das ist einfach wie ein Horrorspielen. Was ist das denn hier? Oh Gott. Uff! Für Übernachtungsgäste habe ich einen extra Raum mit NATO-Draht auf dem Boden ausgekleidet, die kommen nie wieder. Oh! Und niemand wacht so auf. Niemand wacht so auf. Never. There's nothing better to sleep on at relatives' homes. In the backyard, camping or on a weekend vacation. And it's perfect for small apartments, college-dorms or just as an extra bed in your own home. Doch ich immer? Hase, wenn du aufstehst, sind deine Haare explodiert. Wenn Pan aufsteht, sieht's immer aus wie Ronja Räubertochter. Ah, hier, warte mal. Ah. Okay, warte mal gucken. Haben wir hier wieder... Ich wollte mal schauen, ob wir vielleicht irgendwelche Geheimbotschaften haben zwischendurch. Okay. Einfach nur kurz ins Loch drücken, dann geht das schon. Und hier's the best part. Your guest will be sleeping on a classy, velour-like surface, not slippery and uncomfortable vinyl. They'll feel like they're sleeping on a cloud and wake up bright-eyed and relaxed. The Restform airbed is sturdy and durable. It will comfortably hold him body shape or size. Dieser Bär, warum? Dieser Bär, warum? Wie da geht das? Oh, Gott. Oh, Gott. The Restform airbed rises high to regular bed height to give you the same luxurious... Hatschi! 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 Oha! Hatschi! Was hat er gerade gemacht? Ach, sie hat das Bett weggestellt! Oha! Endlich geht's wieder weiter. The Restform high rise airbed combines the comfort of much more expensive regular beds with its own brand of unbeatable convenience. You just press and rest. In three minutes you or your guests are sleeping as comfortable as can be. It's amazingly easy to set up, take down, roll up and store. Plus one press of the valve and you control the softness or firmness of the bed. The Restform high rise stands just like any regular bed. So if you have relatives or friends come over, there's no need to worry about them sleeping on the ground, on a cramped couch or on an uncomfortable sofa bed. It's standing bed... Ich find's gut, dass diese Szenen, dass wir die alle schon zehnmal gesehen haben irgendwie. So they're safely away from all that dust on the floor. Your guests will feel like royalty and you'll get all the credit and glory. This bed is so great, that you may even want to make it your own everyday bed. But hey, don't take our word for it. Let's find out what the everyday person thinks of the Restform airbed. Everyday person, die meinen uns. We took our cameras to the Galleria at Sunset outside Las Vegas to get spontaneous comments from first time users. But what we didn't tell them was that they were laying on an airbed. Das merkt man auch gar nicht. Wenn man auf der Luftmatratze liegt, das merkt man nicht, ne? Sort of like a hotel bed to me. Very surprised. Fühlt sich 100 pro an ein Hotelbett. Well it actually surprised me that it's an airbed and it's a regular bed height. This is great. It's really soft. It's super comfortable. Wow. I just bought a $500 mattress. It was just a twin and this feels better than the one I had. It contours to your body. This is way more comfortable than the air mattress at home. It's, it honestly is. It's much more comfortable than the air mattress I've been on. That's for sure. If I could, I would have this in my room. Das geht halt, du siehst halt einfach schon hier, wie das hier runter geht und da runter geht. Daran ist nichts bequemer. Nichts. Du siehst einfach schon wie das in der Mitte jetzt schon runtersackt. Und das ist grad, das ist grad das Werbeding. Das ist schon im Werbeclip drin. Das hat keine 3-Minute-Inflation. Das dauert wesentlich länger. Das ist aber vorgespult die ganze Zeit. I'm very, very impressed that this fills up in 3 minutes. Cause it's so big. I can't imagine it filling up in 3 minutes. Cause the little ones we have at home take like 20. It goes into this, the whole bit. That's great. Can you let us know when our time's up? Let me know when I need to move. As you can see, a lot of people were impressed with the restform high rise. And you will be too. The restform air bed has a special... Kommen die beiden sich immer näher? Die Moderatoren ja, ne? Air core support design that fits the contours of your body. Giving you ideal back and spine support. The even distribution of air guarantees no slipping, sliding or sagging. Unlike other... Ich frage mich halt, ist das Drehbuch oder... ...or... It seems. That's right. No minor league stitching here. This baby is airtight and sturdy. To test the strength and stability of the restform air bed we asked heavyweight professional wrestler Rush to go up against sexy... Model Lisa Resuba in a no-holds-barred wrestling demonstration. Lisa Resuba in a no-holds-barred wrestling demonstration. Was? Was? Ronco Billy in the WOW? Was? Ronco Billy in the WOW? Was? Was ihr nicht wissen könnt, das ist ein Live-Event, ne? Das war ein offizielles Wrestling-Match und das waren alle Zuschauer, die da waren. Herr und Frau Gartenstuhl haben die Tickets restlos aufgekauft für ihre Familie. Ja, das war komplett ausverkauft, einfach die Halle an dem Abend. Resting könnt ihr auf jeden Fall. Der Kampf ist echter als Hilfomatratze. Schön, schön. Der Kampf ist von allen Seiten und Angeln. Es gibt keinen Weakpunkt. Keine Sprengen oder Support zu brechen. Keine Slippung oder Tippung. Auch wenn ihr nahe der Öl. Der Aircourt-Cushion wird balanced, ergonomisch, restvollen Support und Komfort geben, auch nach Jahren von Use. Also was er gerade sagt, man... Es gibt nicht die Gefahr, dass man aus dem Bett fällt, auch wenn man am Rand liegt, weil natürlich, ihr habt es ja schon gesehen, das Bett einfach in der Mitte zusammen geht. Natürlich, du rollst halt immer wieder in die Mitte und wenn du zu zweit liegst, rollen irgendwann beide in die Mitte. Ja. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, der ist aktuell bei All Elite Wrestling und der Vertrag war vorher bei New Japan irgendwas. Ich hab noch... Ich hab legit noch nie von dem gehört. Ich hab grad nur gelesen, irgendwer hat nach dem gegoogelt und da gibt's so ne uralte Info über den, aber... Ich bin 6 für 5, 250 lb. Die Durabilität dieses Airbeds ist unglaublich. Ich hab wahrscheinlich über ein paar Mal landen, aus der Top-Rope, mit so viel Impact, und es ist noch nicht zu fliegen. Also, seid ihr bereit, Gäste oder Relativen zu enttäuschen, und sie aus ihren Fett und in ein schönes, komfortes Bett? Also, wenn der Eos Andy hier vorbeikommt, und ich hab das Bett dann da, dann werde ich erstmal Elbow Drop machen und alles. Well, now is your chance. No longer... Ach, das ist nicht derselbe Rush. Okay. You have to worry about your guest comfort. Rest assured with the rest form high-rise airbed that you will sleep soundly. Nein, der AEW Wrestler Rush ist 1988 geboren, das ist der nicht, der war damals viel zu jung dafür. Ja, true. Ja, das stimmt. Knowing that your guests are sleeping soundly. Press and rest. Simple, easy, convenient. Three minutes is all it takes. The rest form airbed is perfect for small apartments, for college dorms, for camping trips, short vacations, to take to a friends or relatives home, and of course as an extra bed in your home. No longer... Ich verstehe, es war die Oma, wahrscheinlich, ja. Ich hoffe die eigene, aber alter, sah aus wie ein Horrorfilm. Gut. Oh, warte. Ich wollte gar nicht Qualität. Ich wollte... Okay, gut. Oh, wie gruselig. Wie gruselig einfach. Das Kind war bedeutend. Hör auf jetzt. Hör auf. Ich krieg wieder Schwierigkeiten auf Twitter. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Das war die Oma, die einfach vor drei Jahren in dem Haus verstorben ist. Sets her sights on it. But first, take a look at this offer. You won't find this good of a deal in department stores. This is the only way you can get this fabulous rest form high rise airbed. I see. And here's how. Ah, yitz, yitz, yitz. If you force friends or relatives to virtual one, it's a bad best bet for a slipper holly able to store where you can use a beauty. It's a cloud and very relaxing. You'll also find it strong, sturdy and durable. Prove it. No problem. Brandy is a fully grown North American cinnamon black bear and weighs over 450 pounds. Wieder normale Durchschnittsamerikaner heute. That's well over 200 kilograms. Now we wanted to see if the rest form airbed could stand. Das war rassistisch. And up to Brandys weight and claws. We really weren't sure how Brandy would take to the bed. Watch this. Ich würde lieber den Bären kaufen als das Bett, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich möchte auch lieber auf dem Bären übernachten. Eher statistisch als rassistisch. Ah, oh, schön. Schönes Wortspiel. We support Brandy, but it was so comfortable for her, that she wound up going to sleep on it. You'd like to say, we left the bed there. We didn't disturb Brandy. She took to the rest form airbed like, well, like a bear to honey. I take pride in being a really good hostess. She took to the rest of the bed. Oh, guck mal, guck mal, wie sie ihn anschauen. Oh, das ist aber, oder? Also das ist jetzt, das ist aber wirklich, oh. Guck mal, guck mal, das ist doch, die ist doch, das ist doch, oder? Sind die beiden auch RL zusammen? I take pride in being a really good hostess. And I'm not so proud when people have to sleep on the couch. So we really found that they're really comfortable on a rest form airbed. I'm not embarrassed. And they get a good night's sleep. There's not a lot of time left to order. So let's go over the benefits of the rest form high rise airbed one more time. The rest form high rise airbed is standing bed height. Unlike those other one mattress airbeds that are so close to the ground, you almost inhale all the dust on the floor. We were invited to some friends' houses. Pfff, die toten Augen, ich will die toten Augen nochmal sehen. Äh, 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 äh. Kill me, please kill me. Die. Nee. I guess your weight has to be evenly distributed before those beds are comfortable. But the rest form airbed, not a problem with that because it is bed height. It's perfect. This is so easy to set up. You just press the button and it's about three minutes. Your guests are ready for a great night's rest. The entire bed is inflated through one single valve. Press and rest. Simple. And the rest form airbed is designed to fit your guests personally. personal sleeping needs. You can make it as firm as firm as firm as a left or as firm as firm as a �. And the rest form airbed is designed to fit your guests personally sleeping needs. Du kannst es so firm oder so leicht, wie du willst, in nur Sekunden. Alles, was du machst, ist, riechst und die Waffe pressst. Du kannst es sogar sogar, als du im Bett steigst. Es ist so kommentierend. Ich hatte einen Freund, der mich aus aus der Stadt besitzt hat. Es war eine letzte Minute Sache und sie hatten keine Zeit, um ein Hotelraum zu bekommen. Eigentlich hätte ich nicht mehr Platz, um sie zu bleiben. Aber jetzt, dass ich mein Restform-Aerbed habe, ist es schnell und kommentierend. Der arme Biber, der auf dem Kopf verstorben ist, das ist immer die ganze Zeit leid, immer wenn ich die Szene sehe. Von voll leid. Wenn die Gäste vorbeikommen, mit dem komischen Airbett, ja? Und inflaten das in deinem Wohnzimmer, dann kannst du nachts einfach, wenn die da schlafen, würde ich einfach deflaten. Komplett. So. Mhm. Mhm. Sie ist auch glücklich einfach. Ich glaube, sie hasst ihn einfach. Guck mal, sie hasst ihn. Sie kann einfach seine Nähe nicht ertragen einfach. Ich hasse dein Gesicht. Das sind so ihre Gedanken gerade. Guck mal. Sie müssen einfach die Fresse halten. Also, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Halt die Fresse. Und der Arm wieder hinter der Couch. Die Restform Airbed conforms to your body. The floating wave design leaves you feeling like you're floating on a cloud. Some other beds leave you feeling like you're sleeping in between potholes. With the Restform Airbed, I was pleasantly surprised when it was... Oh Gott. Warte. ...in between potholes. Kennt ihr diese Augen? Kennt ihr diese Augen? Warte, warte. Es wird gleich noch besser. Ich glaube, die hat schon sieben Leute erstochen, die das Bett gekauft haben. Ich glaube, du kaufst sie einfach mit. Die kommt vorbei und ist vorüber einfach. Ich esse dein Gesicht. Warte, warte. Warte, gleich nochmal. Warte, warte, warte. Da hab ich noch gesehen. Das war noch ein drittes Mal. Warte, warte. Warte, warte. Jetzt... Warte, jetzt. Ich schwör, das gleiche ist da. Gleiche ist da. Ich hab's gleich. Warte. Kann nicht mehr lange dauern. Das sind doch die Doni-Augen. Warte, jetzt. War das nicht hier? Ah, nein. Scheiße. Kein Bock mehr. Dauert zu lange. Das Bett gibt's für 30 Euro bei Ebay. Boah, ich weiß, was ich Pan zum Geburtstag schenke. Ich weiß, was ich Pan zum Geburtstag schenke. Seinen Arm. Weil die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft kommen jetzt zu ihr nach Hause, um da in diesem Bett zu schlafen. 7000 Pädophile haben zu diesem Zeitpunkt in den 90ern dieses Bett bestellt. Schwierig. Oh, oh. Hä? Hä? Was? Die haben gefüßelt? Oh Mann, Leute. Ich verpasst hier alles. Ich kann keine zwei Minuten nicht aufpassen. Warte. Du guckst nicht hin, weil ich in den Chat gucke. Noch weiter zurück. Mann, Leute. Oh Gott, ich hab jetzt nur auf den Arm geachtet, aber nicht hier hinten. Ach so. Okay, schnell. Sein Gönnerblick einfach so, hm. Ja, ist halt voll der Gönner einfach. Ja, einfach. Was? Was? Und hier ist der beste Vorteil. Der Preis. Du wirst nicht ein Bett mit so viel Qualität und diesen typischen Featuren auf diesem Preis irgendwo, aber auf diesem Televisionshow. Jetzt ist es Zeit für uns, zu sagen, Glückwunsch. Nein. Was? Schon? Aber ich würde gerne wissen, ob ich vielleicht zwei kaufen kann und die aufeinander stapeln. Das würde ich gerne wissen. Dann schlafe ich ja noch besser und noch höher. Du musst ja keine Sorgen mehr darum machen, ob deine Gäste komfortabel schlafen. Das stimmt, die Sorgen sind dann wirklich weg. Kennst du das, wenn du moderierst und du musst dich daran erinnern, zu lächeln? Weil eventuell dein Lächeln zu wenig geworden ist, dann musst du dich wieder daran erinnern. Passiert in Ami-Sendungen öfter mal. Warte, warte, hier. Warte. Oh, ich muss lächeln. Warte, gleich. The Restform Highrise Airbed will solve your problems. Rest assured, you will love it. And your guests will love you. Here's your final chance to order and thank you so much for joining us. Oh, ich wollte das Happy End gerade noch mal einblenden. Aber ehrlich gesagt sieht das gerade aus wie eine Sitcom. Das sieht gerade einfach aus wie eine Sitcom gerade. Aber guck mal, ihr Kopf, ihre Kopfhaltung geht so ein bisschen weiter nach vorne. Seine geht aber zurück so. Seine geht aber eher zurück. Das sagt eigentlich schon viel. Ich glaube, ich bestelle das jetzt mal auf Ebay. Ich bestelle nicht mal.